Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Auf dem Gebiet Altbausanierung ist der Stuckateurbetrieb Frank im Raum Stuttgart nicht wegzudenken. Werner Frank hat sich mit seinem Unternehmen auf die gewerkeübergreifende Beratung des Bauherrn in den Bereichen Modernisierung, Ausbau sowie Fassadenarbeiten spezialisiert. Selbstverständlich liegt auch die professionelle Ausführung der gewünschten Arbeiten in den Händen der top ausgebildeten, erfahrenen Mitarbeiter. Ob Wärmeverbundsysteme, Trockenbauarbeiten, Stuck- und Malerarbeiten oder Schimmelpilzbehandlung, hier können Sie sich auf kundenorientierten Service und hohe Flexibilität verlassen. Doch damit nicht genug. Auch Estrich, Parkett- und Laminatverlegung, Fliesenarbeiten und sogar Graffiti-Gestaltungen werden von den jeweiligen Spezialisten meisterhaft ausgeführt. Ehrlichkeit und gewissenhaftes Arbeiten stehen für das Team dabei stets im Vordergrund. Stuckateurbetrieb Frank. Beratung, Planung und Ausführung.